Köln Glockenläuten Der Name ist schon sehr verdecklich. Wir haben eben einmal gemerkt, wir sind schon in der Oma. Aber der hat auch die Ecke von der Oma. Der ist halt ein bisschen gewünscht, aber das ist ja auch der Oma. Was ist das? Was ist das? Der Oma. Was? Was? Was?